Herzlich willkommen zum neuen Bio 3 Spiel mit Justin. Moin, heute wieder so Halbstandard Team Deathmatch gegeneinander, aber nur mit Tomahawk, also nur mit Echsen dürfen wir uns abwerfen. Wer zuerst das 5 Kids hat, der hat gewonnen. Zehn. 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 Das glaube ich. Zehn. Das wird jetzt sehr, sehr spannend, weil damit muss man erstmal treffen und man hat jeweils nur zwei Versuche und da muss man die Echse wieder aufheben oder man stirbt halt. So, die Sniper darf ich nicht benutzen, die ich in der Hand habe. Leider. Ich nehme einfach direkt meine Pistole in die Hand. Ja, wir haben gesagt, ohne Piste, die Junge. Ja, ich weiß, aber wenn ich mit der Piste schieße, ist es nicht so schlimm, als wenn ich dich mit der Sniper One hätte. Wo bist du denn? Äh, Junge. Oh, Lenny. Das ist, Alter. Die Clips müssen wir uns immer angucken, man. Die sind so schwer zu machen. Nein, ich hab dich nicht getroffen. Ich muss meinen Tomahawk aufsammeln. Nein, geh weg. Ich hab wieder keins. Wo ist es? Ich hab auch nicht. Hier ist eins. Ne. Hä? 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 Ich check's nicht. Ah, hier. Ich hab eins. Haha. Fuck. Och, Mann. Aufsau auszuweichen, ja? Aha. Wer hat da denn wieder Tomahawks? Wer hat da denn wieder keine Tomahawks? Wir beide. Nein. Als ob da nicht drauf war. Wo ist mein Tomahawk? Hier hinten. Wo bin ich denn? Digga, das ist so schwer. Geh weg. Ich will mein zweites Tomahawk wieder haben. Nein. Oh mein Gott. Das ist so abartig schwer, ne? Bei mir leckt es. Hä? Ich hab wieder keins. Muss hier weg. Hä? Wo sind meine Tomahawks? Geh weg. Ja, ich will das Tomahawk nicht aufsammeln. Scheiße, scheiße, scheiße. Ne, ich find meine nicht. Wo bist du überhaupt? Hier. Geh weg. Ich will meine Tomahawks. Oh, da hab ich eins. Gibt es mehr? Nein. Oh, scheiße, meinst du ist weg. Meinst du auch? Ich hab mein Ziel hinter die Absperrung irgendwo geworfen. Ja, meinst du. Da ist mein zweites. Es ist hinter der Absperrung. Oh, ich hab's geholt. Warte mal, warte. Ich hab's geholt. Was ist das, oder? Wo ist das? Ich hab's gedacht, ich kann grad nicht. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin nicht verkacken. Nein, ey! Ich weiß nicht. Nein. Wofür ist dieses Black Hat? Was für ein Black Hat? Was für ein Black Hat? Ich hab so ein Black Hat. Digga, der Clip wär zu heftig gewesen, ne? Im Jump. Hä, wo ist das? Ah, hier. Wusst du? Da, wo du nicht bist. Oder auch doch. Ja. Oh, fuck. Digga, wo du... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Scheiße. Es ist so schwer. Hä? Du hast ne Pistel. Du hast ne Pistel. In der Hand, ja. Aber ich nutze jetzt. Warte, ich werf dich jetzt auch nicht ab. Ich will mal kurz gucken, was das für erklärt ist. Was? Wo hast du das denn bekommen? Hier. Hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn du mich jetzt killst, hab ich dich auch können. Ach so das? Ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Das hast du ja irgendwie reingemacht. Hier komm. Oh nein. Ich treff nicht. Nein! Wo bist du? Nein! Wie? Direkt in den Rücken rein. Oh, der war nicht schlecht. Ey! Ich check's nicht. Ich check es nicht. Jetzt komm ich langsam rein. Alles klar. Das mal weg? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Dann mach dir mal kurz. Dann mach dir mal kurz. mich nicht ab. Ich kann so nicht spielen. Ich kann mich keine Zentimeter bewegen, ohne dass es leckt. Und du dich auch nicht. Hallo. Spiel. Ich brauche meine Axt. Nein. Ich habe keine Axt gehabt. Was soll ich da tun? Keine Ahnung. Schau, ich habe aber den Killer dann gekriegt. Zieh dir den rein. Oh, okay. Der war schlecht. Nicht schlecht. Wer bist du? Nein. Ey. Es ist echt so. Es ist echt schwer. 4-4 steht es, ne? Ja. Normalerweise zählt der Kill ja gar nicht, weil ich ja außerhalb gestorben bin, ne? Weil du hast mich ja nicht mit dem Tomahawk gekillt, somit der kann ja gar nicht gehen. nicht nur noch mal. Ich kann mich nur sagen. du hast du hast sogar geworfen ich habe ich dir noch nicht verpasst nein der ist an der vorbeigeflogen richtig klaus ich hätte nicht schießen sollen richtig wenn ich richtig nicht einfach auch schon auch noch ein Tomat Dankeschön ich habe auch nichts nein ich bin so viel noch gesleidet hast du auf meine beine gezielt oder was halt dann mal am arsch der heide hier steht 6 5 für mich immer noch nein doch der eine zählt auch nicht aber mir wird angezeigt jetzt ja aber weil du mich nicht mit dem tom auch gekillt das zählt eigentlich jetzt steht 6 6 weil ich doch das eine maus halb der links gestorben bin er hat erzählt er hätte mich gezielt nicht nehmen weil du mich ja nicht mit dem tom auch gekillt hast sie die den drei um ein gott der war echt lecker jeder war der welt ich habe artig mit Ein bisschen. guck ihn dir an nein ja egal kannst du das video einfach gucken ich hab den sogar noch nicht verpasst hallo ein kill noch wenn ich jetzt drei kids machen glaube ich nicht ach du blockst mich du kleiner pisser wo ist mein akt hier nein sie ist schon wieder weg ich hab keine haks mehr doch da wo bist du erst macht da digga du verreckst dich nein aber du brauchst noch drei kills jetzt nur noch zwei herr nee drei brauchst noch nein ich brauch zwei nee der eine zählt doch nicht immer noch gib mir meine tomahawk gib mir meine tomahawk zack aber bei 10 ist Schluss ja aber der eine kill zählt doch nicht weil du mich nicht mit tomahawk gekillt hast also müsst ihr da irgendwie noch ein zweites battle spielen nein du brauchst jetzt noch zwei verstehst er etwas verstehst du ich bin das eine mal außerhalb der zone gestorben deswegen hast du den kill nicht bekommen ja dann müssen wir jetzt noch ein noch mal das gleiche machen dann sehen wir uns gleich wieder und dann 101 erst der kill entscheidet ja ok gut ich denke so ja ok leute wir sehen uns gleich wieder wenn wir den letzten kill entscheiden bis gleich so leute da sind wir auch schon in der zweiten runde und Lenny und ich haben uns gerade sowas überlegt wir haben jetzt ja die challenges und das hier ist jetzt die erste mit den Äxten wir werden uns mehrere challenges aussuchen mit verschiedenen waffen immer und so fünf challenges ja und wer äh die meisten von den fünf gewonnen hat also wer sag ich jetzt mal wer drei gewinnt hat ja schon gewonnen und da äh muss der andere also der verlierer muss dem gewinner dann den dünner ausgeben haben wir uns jetzt einfach mal so gedacht das geht euch zwar nichts an aber es ist einfach ein challenge für uns und wenn ich jetzt wird interessant der erste kill entscheidet ja wo ist meine tomahawks bin ich blöd du hast die falsche Waffe ausgewählt glaube ich die Leute jetzt wird es heftig hey letzter kill entscheidet erster ja mancher ja nein wo bist du junge aber nein scheiße die erste challenge geht an Lenny Mann ich hab auch noch geworfen hast du gesehen jawohl der hat ja gut Leute das war die erste challenge wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben unten kostenlos Abo und ja bis zum nächsten Mal ciao ciao ten yeah ja ja